Hi Freunde, willkommen zum heutigen Video. Ja, ich habe heute eigentlich gar kein Video geplant gehabt und habe mir gedacht, okay, dann zeigen wir euch mal einfach die Stadt hier, die ich hier aufgebaut habe in City Skylines. Mancher hat es vielleicht schon bemerkt, dass es City Skylines war und mancher von euch hat schon gewusst, dass ich mir damals das zum Release gekauft habe. Ich finde es einfach so geil einfach. Das Spiel ist super. Ich habe es damals nur nicht let's played, aufgrund dessen, dass es alle let's played haben. Es haben wirklich so viele Leute let's played, dass ich mir dann gedacht habe, nee, Alter, ich will nicht der Zehntausendste sein, der das jetzt gerade zum Release macht. Ja, aber okay. Ich muss auch noch dazu sagen, ich habe schon ein bisschen was vorgekauft. Da, da, da. Und hier drüben habe ich schon ein bisschen die Straßen gemacht. Alles natürlich sechsspurig, was sonst. Keine Kreisverkehre. Absolut nicht. Aber ist auch egal. Ihr könnt ruhig weitermachen dabei. Dankeschön. Ähm, ja. Das ist die größte Stadt, die ich bisher hatte. Muss ich ehrlich sagen. Die habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen aufgebaut. Und ist die größte, die ich bisher habe. Ja, nice. 89% voll, 30% voll, 77% voll. Da ist ein Bahnhof, der noch nicht aktiv ist, aber egal. Ähm, hier habe ich meine Industrie. Das sieht man aber auch an der ganzen Verschmutzung. Da habe ich meine Wohngebäude. Nice, oder? Guckt mal. Sieht doch geil aus, oder nicht? Ich finde es so krass genial. Ich kann hier so ganz nah rangehen. Da habe ich verschiedene Busse. Ach ja, apropos Busse. Ich möchte euch auch nochmal ganz kurz zeigen hier. Ähm, das Spiel hat Probleme mit Bussen. Ja, das Spiel hat echt Probleme mit Bussen. Vor allem, wenn man hier eine U-Bahn daneben hat. Ich hatte da das Problem gestern, dass da 5 Millionen Leute gestanden sind. By the way, man kann sogar nachschauen, wie viele an einer Haltestelle sind. Zum Beispiel jetzt hier. Äh, da kann ich jetzt zum Beispiel nachschauen. Okay, wir haben jetzt 82 Wartende an dieser Haltestelle hier. So. Schauen wir mal. Da, 82 Wartende. Das ist noch gar nichts. Ich habe gestern auf der anderen Seite hier. Ich glaube, es waren, weiß ich nicht, 400 Personen, 500 Personen, die dort gewartet haben. Ja. Hab mir jetzt einen Mod reingehauen. Dankeschön an Steam Workshop. Haben mir einen Mod reingehauen, wo ich, ähm, die Buslinien bearbeiten kann. Weil das kann man hier normalerweise nicht modify line. Ja. Und ich habe hier zum Beispiel, kann ich hier bearbeiten. Zack. Wie viele Leute passen in einen Bus rein. Ja. Wie viel gebe ich dafür aus. Ticketpreis. Wie viel verdange ich für ein Ticket. Wie schnell dürfen die fahren und so weiter. Ja. Und ich habe sie auch farblich gekennzeichnet. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Zack. 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 Da haben wir es auch schon. Rechts oben hellgrün und türkis. Links unten rot und blau. Und rechts unten hellgrün und rosa. Ich werde die grüne Bahn dann nochmal ein bisschen bearbeiten, weil hier oben habe ich schon grün. Aber ist egal. Das wollte ich euch einfach mal nur zeigen. Ähm. So. Da habe ich schon ein bisschen vorproduziert. Nö. Also vorproduziert hier die Straßen, meine ich natürlich. Aufnahmemäßig noch gar nichts. Da habe ich noch meinen ganzen Strom. Alles schön. Am Anfang habe ich damit begonnen. Hier oben. Mit so einem... Mit sowas. Mit einem Kohlekraftwerk. Und das hatte damals Probleme mit Kohlevorkommen. Von daher habe ich dann angefangen mit... Äh. Moment. Mit Windrotoren hier. Ja. Und dann bin ich rübergegangen zu Solar und Wind. Also so fortgeschrittenen Windturbinen. Genau. Das ist unsere Wasserversorgung und so weiter und so fort. Auf jeden Fall nice. Nö. Schön. Ich habe auch schon eine U-Bahn. Ich glaube mit zwei... Ich glaube mit zwei Linien. Ich bin mir nicht so sicher. Ne. Vier sogar. Zwei in die Richtung und zwei in die andere. Oder? Moment. Ja. Genau. Ja. Ansonsten habe ich eigentlich nichts viel zu sagen. Auf jeden Fall. Wenn ihr davon mehr sehen wollt. Von hier diesem Spiel da. Ne. City Skylines. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich da vielleicht mehr bringen kann. Und natürlich, wenn ihr... Äh. Oder halt eben Down hoch. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt einen Kommentar schreiben. Wäre halt auf jeden Fall cool. Dann wüsste ich das auf jeden Fall. Oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Dann sehe ich das natürlich auch. So. Durch einen Mod kann ich noch näher ran. Sonst kann man glaube ich nur so ungefähr so in diese Form kann man hin. Durch einen Mod komme ich hier ganz nah ran. Ich habe mich heute durch die Mods durchgestöbert. Und es passt alles. Alles super. Das Perfekte dran ist ja... Guck mal. Wir haben hier gerade einen Bus. Okay. Alter. Wie viele warten denn hier? Das will ich sehen. 82. Ne. Das ist nicht die, oder? Ne. Das ist nicht die. Das ist die davor. Hier warten. Ach. Nur die blauen warten? Ne. Doch. Okay. Nice. Gut zu wissen. Ähm. Das ganz Besondere dran ist jetzt hier. Ich kann hier drauf drücken. Und jetzt pass auf. Er fährt weg. Zack. Ich drücke hier drauf und habe First Person. Das ist auch ein kleiner Mod. Und jetzt kann ich hier zuschauen. Da. Dreifachgeschwindiger. Zack. Jetzt stehen wir da und... Na komm. Fahr weiter. Dankeschön. Ich habe rot. Hey. Der hat sich vorgedrängt. Ja. Und das finde ich so grenzgenial einfach. Ähm. Ja. Auf jeden Fall. Schaut morgen wieder vorbei, wenn es weitergeht mit Tomb Raider. Okay. Gab es ja gestern nicht. Aufgrund dessen, dass da Black Ops 3 kam. Ja. Aber Tomb Raider geht natürlich weiter. Auch mit Facecam natürlich. Wir sehen uns dann morgen wieder bei Rise of the Tomb Raider. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao. 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 Ciao.